Durch den Rock-Circus-Abend in das Zelt fährt in charmantischer Art und wiesst Christa Rigozzi als heisse Rocklady. Im Rock-Circus brüllen nicht die Löwen, sondern die Sänger. Im Rock-Circus tanzen die Artisten nicht auf den Seilen, sondern auf den Seiten ihrer Gitarren. Und im Rock-Circus ist nicht der dumme August der Clan, sondern eine Ex-Muse. Ich fühle mich sehr wohl, also Rockmusik gefällt mir sowieso. Und die verschiedenen Rollen, die ich spielen kann, sind natürlich sehr spontan. Und es sind auch viele verschiedene Anekdoten, die ich selber erzähle. Von meiner Kindheit oder von meiner Teenager-Zeit und so. Und darum fühle ich mich wirklich wohl. Und wichtig, dass ich Spass auf der Bühne habe. Wir sind eine gute Crew und ich denke, es kommt alles gut. Ein riesen Highlight beim Rock-Circus ist sicher Krokus, der auftritt mit ihrem charismatischen Frontmann. Auch er ist ein grosser Fan von Christa und ihren Moderationskind. Locker vom Hocker, noch mit einem italienischen Touch drin. Eben, einen guten Akzent. Da bin ich nicht der Einzige mit einem Akzent in meinem Schweizerdeutschen. Der Marc Storace war auch sofort Feuer und Flamme von dieser Idee. Ja, etwas Einmaliges mache ich sehr gerne. Es ist einfach ein neues Konzept in diesem Zelt. Rock-Circus. Und ich freue mich darauf. Das neue Konzept beinhaltet ganz viele verschiedene Elemente. Hier passiert so viel. Rock-Music, Akrobatik, Sänger, Tanzen, Schauspielerei, viele verschiedene Kostüme, Umwandeln. Wirklich viel wird passieren. Rock-Music, Akrobatik, Sänger, Tanzen, Schauspielerei. Rock-Music, Akrobatik, Sänger, Tanzen, Schauspielerei. Rock-Music, Akrobatik, Sänger, Tanzen!